Ich bin ein Zocker, jedes Game wird jetzt gerockt, ich hab schon als Kind Mario auf der Nest gezockt, ich war schon immer ein Nerd, der gern zuhause bleibt, ich wollte nur spielen, COD. Hallo und herzlich willkommen, herzlich willkommen. Ja, Markus ist dabei. Und zwar ist er nicht auf Warno so wie ich, sondern er ist mein Gegner. Ja, ja, echt, lernt er da und hurriert das macht Spaß, ne? Ja, unbedingt, ich, ja, genau, andersrum, ich tätig ins Z trumpet, jetzt nicht mehr, nein. Ja, ich muss erst die Highway fahren. Ja, zwar kämpfen Sie 나도, in der Station die in der S振 Kai ersten Stunde, und weh. G общig bekommen! Ich werd vier durch! Das gibt Verluste! Ja, ja, ja. Komm du erst mal her. Ja, wir klauen unterwegs mit Quad. Und die Quad, das macht mir nix aus. Ja, hättest du doch mit dem McGruder nehmen sollen. Mit dem McGruder komm ich nicht mal an Station, ey. Aha, ich hätt reinfeuern können. Du bist eh wieder so, der kommt mit C4 packen raus. Ja, ja. Und ihr habt die Karte auch. Ey, Mann. Ihr seid solche Nubes, Alter. Das ist klar, ihr seid jetzt zwei drin, ey. Hm. Ist dieser Berg das, das oder ist der Arzubi? Denn, den du mehr merkst. Berg das? Nein. Ach, nein. Ach, zu, wie ey, so ein Lappen. Der heißt schon so Azubi, ey. Arblitz-Monkey. Arblitz-Monkey. Du hast ja gedacht, der hat voll ihre heftige Rüstung und so, ne? Der hat auch. Nöchtest du was? Da brauch ich zwei Magazine bitte, Donnie. Bei mir brauch ich noch mehr. Nee, bei dem brauch ich wenig, aber die brauch ich keinmal halbes. Nö, ja, das wär mal gleich. Der hat schwer reinkussiert. Machst du das auch nie, ne? Willst du es dir selbst gestatten zu verlieren? So, ich mach ich mal. Nee, mach ich doch noch nicht. Hä? Ohne Witz. Der hat doch Regeneration, du, du? Du wolltest nicht anders. Wieso, mit was kommst du? Mit deinem Max? Nö. Das viel bessere. Mit deinem Max Rider. Viel besseres. Dein C4 Granat. Übrigens, wir haben gerade die Station neben euch allgenommen. Okay, die geht ab. Ja, gut, mach ich mich nicht mal. Wir halten die Station eine Weile. Das denkt doch bloß du. Hm. Das denke ich. Der hat sogar der Betriebsschutz. Heiligst-Bim-Bam. Egal, es kommt ja schwer angesagert, jetzt kassierst du. Jetzt kassierst du. Wollt ich wirklich. So. Ja, ich weiß, wie wir das Video nachher nennen. Hm? Markus V.S. Yannick. Markus V.S. Yannick. Ach, stört ein paar Dose. Ach, ein Hammer ist so. Oh, das ist ja nett. Oh, der hat mich schon gesehen, der Monkey, ey. Alter, was kannst du, Junge? Tricks, Monkey Boy, ey. Also, ich kümmere mich dann mal um deinen Heuer, weißt du, gell? Dann brauchst du noch alles schon, wenn ich verkaufe, beziehungsweise ich putze, bitte. Heiligstück, Räumt! Ah! Bummemäßig! Ah! Hey, ihr seid doch echt Schweine, oder? Ah! 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 Sag mal, ich blev alle im Team! Ey, wird kleiner! Aber gleich noch! Dein Heuer ist immer ganz schön tiefer gelegt. Ich weiß. Du musst eigentlich hier gar ein Zeug her. Du, ja... doch. Ich hab da einen 전 İnk tropf! Mhmmm. Hast du nicht tropf? Kommt scheiße aus. Sportfahrwerk. Das sieht voll scheiße aus. Ich find's. da war schon einer bei uns in der Station wie muss ich Generatore der wollte nur einen A-Punkt annehmen hat es zwar geschafft aber dann ist er an mir vorbeigelaufen und ich knatter, knatter, knatter weg war bei uns schaffst du irgendwie zu ganz mit deinem knatter, 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 ne knatter, 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 ey jetzt kann der lange warten bis ich komm ja, ja aber ich muss das erstmal hier einnehmen und dann komm ich jetzt wieder übrigens war ein Max bestaute, ne mega dankeschön, dass du mir sagst was eh nicht stimmt doch war grad ein Tier auch da ja, nein, ja ja, der hat sich echt traut da rüber zum fliegen alter hä? ohne Witz jetzt jetzt ohne Witz haha ohne Witz wird schon kommen dann sind wir ja bald alle gefickt schon das ist was? aaaa Aua wer war das? und was? ich hab gar ne Kugel von hinten drücken da oben steht er da oben steht er so der kassiert jetzt aber richtig, Junge Kumpel komm her komm her ja, wir wartet nur auf die die sind zu 5 in unserer Bude ey, nicht zu 5 ey, zu 2 ey, zu 5, zu 2 nein, hör ruch so so ich sitz erstmal um auf diese Bude so Koleilchen wir lassen Markus dann mal da drüben warten der darf sich ziemlich erstmal richtig ärgern der darf sich ziemlich erstmal richtig ärgern weil ich nicht mehr herkomme ne, aber da hab ich grad was anderes hergefahren ja mh mh war nur meine Koleilchen ey, hier gar nichts was dann? du? ich bin nicht hergefahren ich weiß wusstest du, dass der Max eigentlich schwarze Fingernägel hat? mh also Markus, der guckt wieder genau hin, gell, Leute? doch, ne, macht der Mikro nicht stumm bitte wir haben bloß meine Hände drüben gehalten Alter Alter, das tut weh, ey ich hab zum Anfang glaub du einigermaßen gewählt aber dein Mikrofon schraubt irgendwie immer so arg auf da hauptsächlich so drauf also ich weiß nicht possono das weiße also, ja, du so, ich bin jetzt gleich wieder bei euch ist es dumme dabei? ich muss alles laufen guck Das heißt, ich telefoniere auf Englisch. Warum? Das ist deutsch. Warum, meine Leute? Oh ja! Das tut gut! Das machst du! Die Reparation tut gut! Nein! Da ist ein Blauer da! Markus, bist du gerade auf Elisa Mountain Pass? Nö! Also ich warte ja immer drauf auf die mit meinen Händen für 2. Kommst du jetzt hier nicht mal? Nein, weil ich gerade geschrauben bin! Der hat sich bis hierher getraut! Ja, jetzt komm doch mal! Ah! Wir sind hier Elisa Mountain Pass gerade gestorben! Schon wieder der! Ihr wisst mich gleich mit meinem Headset-Kabel, ey! Jaja, Janik, die Themen haben wir ausgekippt! Das neue Konglomerat hat die Einrichtung erobert! Ja, ja! Heulen und rum! Da muss man immer das Doppelchen da rennen! Oh ne! Witz, Mann! Schimmstur! Apropos! Provision! Ich bin mittlerweile... Oh, knapp! Hab 18! Kommst du jetzt mal? Nö! Weil ich nun mal kommen werde! Na Spaß! Ich bin unterwegs! Ich wurde gerade von diesem PZDNT abgeknallt. So, dass ich jetzt schon mal weiß, dass ich wieder da bin. Jetzt schieße ich mir schon mal eine Rakete vor. Rakete angekommen? Nee. Mist, ich habe das bemerkt. Mist, Mist, Mist. Mist, Mist, Mist. hey wie geht denn das wie geht es kampf rangen sieben macht mich ganz fertig hat das ja dann hat er Kalki, Punkt, Punkt, ne, ich will es drüben mit. So, los, mach ihn, Chi. Ingenieur. Magus, ich bin wieder unterwegs zu dir. Hm. Irgendwie komisch, dass ich das mal zugebe, wo ich gehört bin. Ach, egal. So, so, no, jetzt können wir uns dann noch holen, muss man halt ein Flash holen. Da drüben in deiner Station raucht es ja. Ich weiß. Was war das? Äh, der PZDT. Hm. Egal, ich komme gerade wieder zu dir mit Quart, weil die Elsterauten passen gar nicht an die Meile. Hm. Äh, der ist ja mal cool, C gehört ja gerade uns. Hä? Hä? Wo seid? Da, not. Jetzt wird er eingekesselt, Markus. Äh, ja, Markus, ich kann gleich mal mit Investitionen anfangen, gell? Von wo kommst du? Sei denn noch nicht. Du bist blöd. Ey, ja, Investitionen, ey, gell, Markus? Was hast du investiert? Äh, viel. Ja, ich hole mir nämlich morgen eine 50 Euro Karte. Insgesamt 60 Euro Karte. Holy shit. Meine Fresse, du Manko. Warte, das ist gesperrt. Jetzt hat es noch geklappt, weil ich bin gerade zu sauer. Wieso denn? Zack. Was hast du denn jetzt wieder für Probleme? Hast du denn gerade geschrien? Ne, was denn? Hast du die Sersone? Über mir fliegt ein Flieger, also der steigt aus so im Flug, gell? Toll. Jetzt haben wir laufen auch noch. Noch schlimmer geht's gar nicht. Ja, dann, wie ist es jetzt auch bei Investitionen? Warte kurz. Na, bei mir erkläre, egal. Lassen wir uns Zeit von dem Klingeln. Äh, ja, wie sieht es aber auch mehr aus? Äh, shotgun, also Rotflinte. Werde ich in der Marke? Ich bin nicht gefüllt. Hä, du hast gesagt, kaufst du dir? Vielleicht. Ich würde zu holen, und ich gehe ab auf Nahkampf. Nahkampf, ja, und wie oft mache ich Nahkampf? Ich oft. Wir steigen mal so eine große Station, wie z.B. Not. Du, wenn da noch jemand um dich kommt, wer hat zuerst den getötet? Das ist mir schon klar. Bist du gerade Not? Ich komm gerade. Nee, ich komm gerade. Hä? Alter, wie sieht der mich immer der Spaß? Wie siehst du mich, du Hurensohn? Keine Ahnung. Alter, egal wo ich bin, er findet mich jedes Mal dieser Ghost. Hey, wenn ich den jetzt sind, Alter, ich knall den so weg. Ja, 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 Nick. Ich gucke mit dem persönlich nach Hause, ey. Da wäre ich richtig sauer, ey. Da wäre ich so richtig sauer. Wenn sie dich andauernd abknallen, und du keine Chance dagegen hast. Da rein, das Arschloch. So, Junge, du bist dran. No. Der denkt auch immer schlau. Ich höre schon Schüsse. Die werden gleich eine Granate hören da drinne. Heiland Spam-Bam. Sorry. Mein Fehler. Hey, Markus, kommst du bitte, Warnu? Hm, wieso? Ohne Wicks, Alter. Keiner von meinen Kollegen ist da. Ich darf den ganzen Scheiß alleine machen. Da wäre ich richtig sauer, ey. Wenn da keiner kommt von den Affen. Und dann schrieb halt mal deine Affe. Nee, die sind alle hinter. Und vor... Ja, mein Eifer hat auch... Und der Bravoter, der gerade zog, schaue ich. Ich komme gleich durch. Jetzt komme ich nie, Mann. Wir sind... Jetzt sind wir nicht auch nur noch zu zweit. Wie das rüberkommt. Jetzt bin ich auch nur noch zu zweit. Wo ist der? Also... Wo bist du? Wo ist der? Alter, was hat der? Über die übertriebene Waffe! Geil, neuer Generator. Und dann kommen wir ins Stationen, ey. Also, das gefällt mir jetzt mal, Alter. So, Leute, sorry. Jetzt muss ich einen auf Noob machen. Oh. Die haben sich anders gewollt. Wer? Die zwei Arschlöcher da oben. Wo? Denken auch, sie könnten sie. Highlands-Bam-Bam! Oh, der Witz! Ich sehe diesen Bast of Wisdom, was ein Hurensohn ist. Sie sich, Raketen, alles mögliche drauf. So kriegt immer einen Kratzer. Bei mir im Tropische Auto, okay? Irgendwie fällt doch noch die Action ein bisschen. Ja, weil ich gerade nicht mehr kommen, weil ich gar nicht hier verteidigen muss. Alle ihren Kader sind eine Not-Verstaukel-Station aus meinem Trupp. Also eine große Station. Ja! Was hast du jetzt schon wieder für Probleme? Jetzt hat er kassiert! Aha. Der unten ist ganz chillig. Größter Hacker ever. Wieso? Dieser Ghost. Größter Hacker ever. Der kommt plötzlich... Der schießt plötzlich durch die Mauren. Das geht überhaupt nicht. Nein, kaum. Aber wenn du kannst, weißt? Wenn du kannst, ja. Das geht. Weil die haben Laserwaffen. Aber... Das NK konnte es noch nie. Mit den Waffen. Das ging noch nicht. Das geht auch nicht. Der hackt. Und sei halt zu. Findet noch mich an da unten. Kriegt auch kaum Schaden. Da kannst du alles draufziehen, was du willst. Ohne Witz, ey. Da werde ich richtig in der Geschichte. Mhm. Ja, Teichnung ist jetzt für mich. Hui! I love it. Wo machst du dich, ey? Hä? Wo holst du jetzt schon wieder hin? Wo holst dieser Hund jetzt schon wieder hin? Keine Ahnung, da wo du auch hin bist. Ja, nee. Ich seh'n da hin und plötzlich ist er weg. Und dann schieß' er plötzlich von hinten auf mich. Spion? Nein. Der schleicht angesagt hat. Hm. Das ist ein Hacker, alter. Der hackt doch. Das geht nicht. Man kann das nicht so machen. Sollte, dass ich gerade zu schrei, aber... Da bin ich richtig saug, wenn die... Wenn die... Spiel hackt. Weil das ist das... Der hat gehackt. Noch ist ein Sieg möglich. Haft Alter! Alter! Jetzt weiß ich auch, wenn wir uns nicht schnell tötet. Er hat ne Shotgun. Kollege? So. Wo ist die jetzt? Die... Kann ich euch doch mal zeigen? Ich testen euch. Ja, verdammt. Ich kann sie nicht testen. Ja, die richtig sauer. Wenn mich jetzt gleich wieder tötet... Dann melde ich den. Dann melde ich den. Das Ivo ist mit der Station. Die schoben diese Vöde ruhig und verlasse. Was heißt B.O.? Weiß ich nicht. So! Jetzt melde ich. Jetzt ist Ende. Jetzt ist Ende. Jetzt ist Ende. Jetzt ist Ende. Der kassiert. Jetzt muss ich noch einen Screenshot machen. Das machen wir auch gleich. Aber egal. Ich sag dir mal... Ciao! Ciao, ciao!